Alle meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und ja, heute suche mir einfach Random Games aus. Und ja, ich schließe meine Augen, ich hätte jetzt wirklich zu... Ähm, was ist das für ein Spiel? Ich klicke jetzt eins an. Ähm, nein, wir suchen, okay, wir suchen. Äh, was haben wir? Nein, das spielen wir auf gar keinen Fall. Wir spielen nicht, geil, aber taucht fit. Äh, gehen wir mal hier zu den etwas cooleren Spielen. Auch für Jungs. Ich mache meine Augen zu. Ihr vielleicht auch? Oder nein, ihr dürft schauen. Nein! Oh, wow, gut, dass wir Pet Simulator ausgewählt haben. Äh, ich weiß ja nicht, was gerade war, aber irgendwie war da so ein anderes Game. Auf jeden Fall spielen wir Pet Simulator. Hä? Ja, genau. Ich bin auf jeden Fall sehr gut in dem Spiel. Mein Pet Simulator, beste Game. Warte, ich muss euch mal kurz die Musik muten. Digga, ich glaube, das ist die Sammelgeist, Mucke. Ne, nur viel leiser. Alter, das ist so leise, das hört ihr gar nicht. Das heißt, ihr hört das jetzt richtig leise. Ah, ist egal. Scheiße, sowieso Copywoll. Ja, ich habe hier krasse Pads auf jeden Fall. Ja. Ist das wirklich meine Besten? Egal. Stefan. Der Hund. Ey, lol. Der heißt Joey. Die Cat heißt Joey. Die heißt Lily. Also, ob ich glaube, ich habe den Namen nicht gegeben. Einfach mein Spitzname. Nur mit Y. Aber warm. Lalalalalala. So, jedes Game spielen wir fünf Minuten oder drei. Das Spiel, das Spiel, das Spiel, das Spiel, das Spiel, das Spiel nur kurz. Weil es auf Dauer nicht so viel Spaß macht. Weil wir einfach durchskippen können. Digga, wir können alles skippen. Wir können jede Welt skippen. Wenn wir so krass sind. Ja, weil wir dreimal die gleichen Pätsi genau gleich leuchten. Pickup 5.000. 5.000. Wenn wir sagen, 5.000 Orbs einfach. Weil das Deutsch. Weil das deutsche Übersetzung hat. Komm, und eigentlich hat es wirklich deutsche Übersetzung. Das ist... Das ist wahnsinnig. Was? Das war jetzt aber nicht so schnell. Als ob die kommt. Ah, Digga, wir machen einfach richtig viel auf. Ich habe eine Idee. Wir machen heute den kleinen Mr. Beast. Und zwar... Ne, wir wollen traden. Wo können wir traden? Da, Dings. Traden. Wir werden heute... Spieler richtig ihren Mann Sachen geben. Oh. Ihr traden bürft NPC. Komm. Trag-Resource sind... Schade. Ach, Digga. Ich habe wirklich gute Pads. Ja! Okay, ich habe krasse Pads. Wir gehen... Wir machen jetzt einen auf Mr. Beast. Warte, den nicht. Den habe ich zweimal. Wir gehen ins Krasse. Nein, nein, nein! No. Mai. For. Free. Nein! Nein, nee, Digga. Ja, okay, weißt du was? Komm. Digga, wir haben zwar viel bessere Sachen, aber... Nein, komm. Ja, wir haben viel krasser als er. Tut mir leid, Pads. Egal. Ist eigentlich gar nicht fair. Aber wir machen heute Deutsch Mr. Beast. Im Spiel. Ahem. Ich will auch Pads öffnen. Warte mal, Freunde? Kann das sein, dass Pads weg sind? Ach so, Pixel-Eck. Ach, ganz normal. Was war denn PC-Ecks nochmal? Ich glaube, wir können uns was für 83 Millionen. Da haben wir doch gar nichts von. goldenen Pixel-Wolf. Ist er ganz unten oder geht... Ich glaube, das war er. Ja, das war er, glaube ich. Alter, noch mehr Pixel-Pads. Die sind crazy. Die sind OP. wirklich P-6. 5 mal 15 Trillionen, Alter. Okay, wir haben mit Quad-Trillionen sogar. Aber das reicht auch. Digga, wir... Noch eins. Die haben direkt den... Digga, wir haben direkt den anderen. Noch einen Eim. Die gibt's übrigens auch in WeLife. Alter, 5 Minuten schon, aber egal. Geil, Freunde. Wir haben richtig geile Pads. Luna, Max. Und Max ist sogar episch. Kommen wir zum nächsten Game. Was wir erraten. Okay, das andere... Das hier war jetzt vielleicht nicht so fair, aber... So, wir sind hier in dem Minus. Oh, ich... Vielleicht ist es Englisch, Digga. Ich mache wieder meine Augen zu und... Was habe ich? Oh, Digga, gar nichts. Oh, das wäre schon geil. Egal, wir machen nochmal. Däh. Nein, das spielen wir jetzt nicht nochmal. Nehmen wir einen hoch. Wir haben was. Hm. Hm, ja, komm. Aber das sieht nicht so cool aus, Freunde. Ihr dürft nichts hören, das Kopie wollt. Schein so, das ist so neu hier. Äh, wir haben noch eine Einleitung. Äh, Einleitung. Hier gibt es nur so was. Ja, ja. Das sieht ja voll geil aus. Das Spiel spielen wir, bis dieses Video acht Minuten geht. Was ist dein Ernst? Das ist das Spiel. Nein, wir spielen das Spiel bis... ...7 Minuten 30 sind. Mit länger hält sich das nicht aus. Das ist hier Megamüll. Ich werde es nicht verarschen. Das ist das Game. Digga, Mustard, Alter. Mustard. Wow. Digga, das Game ist aber nicht so geil. Nee, 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 nee. 37 ist gleich, Alter. Ja, so ging es nicht so geil. Nee. Lieben Freunde. Willkommen zum anderen Game. Wir sind schon wieder in Lieben-Menü und spielen jetzt ein anderes Game. Ist es 13.10? Äh, New Codes. Attack on Titan, Digga. Ich habe gesagt, das ist so eine Anime-Serie, ne? Tau, die... Nein, wir müssen auswählen. Ich will Evo aus der Reihe. Bitte, bitte, bitte. Das, was ich will. Also, haben wir was? Ja. Ja, ich habe sogar das Bild ausgewählt. Uh, Murder Miss Me. Geil. Ja. Meine Inhalte sind sowieso nicht für Kinder. Oder? Nein, für Videospielen wir nicht. Ich liebe dieses Spiel zu sehr, dass wäre das jetzt schon... Das muss auch ein bisschen eine Qual sein. Hm, ja, das ist cool. Aber das ist keine Qual. Komm, wir spielen. Ich zeige euch meinen Taku. Ja. Lade aus jetzt. Ja, was machen wir bis 9 und die... Bis 12 machen wir. Spiel fortsetzt in das Land der Fantasien. Vor 127 Tagen, Freunde. Ihr müsst euch vorstellen. Ich habe das Spiel zuletzt gespielt. Vor 127 Tagen. Ah, das war geil. Ja, ich weiß noch. Ich glaube, an dem Tag habe ich mich sogar mit einer privaten Freund getroffen. Der Arthur Robes, you can earn money, ey. Ich weiß noch, wie alles geht. Ich weiß noch, wie alles geht. Man könnte auch so Geld... Dings... Yeah, money. Tja. Credits for money. Da können einfach alle Credits geben. Kriegen wirklich viel Kohle. Oh, hey, Digga. Krass. Yeah. Oh, ja. Ich mag das Spiel. Na, vielleicht ist das so ein Copyright, deswegen kann ich ihn nicht spielen. Dunkles Farb, blablabla. Kawaii Police. Alter, wie geil. Nein, das ist schon wieder echt. Ich brauche ein neues Grundstück. Kawaii Vintage Sports. Irgendwas gibt es alles. Neues. Das Spiel hat ohne mich weitergebracht. Gettet ab. Gettet ab. Gettet ab. Gettet ab. Gettet ab. Ich brauche, ähm, wir versuchen mal, uns ein neues Grundstück zu kaufen. Er ist schon 10. Das ist so ein extra Upload. Nein, sagt nicht. 80k. Okay, Freunde, wir müssen das Spiel verlassen. Das ist zu teuer. Egal, das ist mein Park. Ich hoffe, der gefällt euch. Wir können mit einer Achterbahn fahren. Weißt du was? Doch, wir spielen das bis 12 Minuten. Das ist jetzt das Spiel, was wir zu Ende spielen. Komm, schnell. Setz dich drauf. Die habe ich selber gebaut. Die habe wirklich ich selber gebaut. Witzig. Jetzt nimmt er so viel Speed gleich. Das ist krass. Der fährt nur... Ne, ich glaube, ich habe das geändert. Der fährt, glaube ich, sogar drei Runden oder so. Er ist auf jeden Fall recht schnell. Damals war der zu schnell. Da hatte ich überall Booster. Nein, der fährt nur eine Runde. Das müssen wir ändern. Das ist ja schlimm. My first fun, Junge. Hab ich das wirklich so genannt? Drain count. Ich verstehe gar nichts mehr, Alter. Mein Kopf brennt. 25 Dollar, Digga. Ich bin viel zu teuer. 20. Puh, Junge. Fast nicht mehr mehr gemacht. Ich glaube, der Preis ist jetzt sogar geblieben auf 25. Nee, 20. Nein, nein, nein. Warte. Rollplay. Oh, was ist ein toller Freizeitpark? Hier muss ich direkt hin. Wow, hier gibt es ja zu viel. Wer heißt? Ja, ich habe einen Drink bekommen. Und warum kann ich alles kaputt machen? Egal, ich fahre jetzt hier mit und dann endet die Folge auch schon. Ja. Ja. Ich bin raus. Ich muss raus. Ich will ja nicht. Ende des Rollplays. Jetzt bin ich wieder da. Und ich will das Item nicht mehr. Ach, egal. Das Card Item. So. Ich freue mich. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und damit schau mit. Au.